Yo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf diesem Kanal. Nicht wundern, dass ich eine Beanie trage. Ich hatte einfach heute Morgen irgendwie keinen Bock, meine Haare zu machen. Aber es geht auch nicht um die Beanie, sondern um eine der wahrscheinlich gehyptesten Winterjacken des Jahres, würde ich mal sagen. Und die Winterjacke ist nicht nur gehypt, sie ist dazu auch einfach noch extrem günstig. Also wirklich die letzten Wochen war meine ganze TikTok-4u voll damit. Überall nur Videos zur Jacke, dass sie immer ausverkauft ist, dass sie wieder gerestockt wird. Dann ist sie wieder ausverkauft, dann wird sie wieder gerestockt. Also ich habe wirklich unzählige Videos zu dieser Jacke gesehen. Dann wurde sie jetzt vor kurzem wieder gerestockt und ich dachte mir, ey, weißt du was? Ich bestelle mir die Jacke einfach mal, teste die mit euch zusammen im Video und wir können zusammen erfahren, wie sie ist. Weil aufgrund dessen, dass die Jacke relativ preiswert ist und ich weiß, dass nicht jeder von euch irgendwie 200, 300, 400, 500 Euro für eine Winterjacke hat. Ich glaube, ich ist das Ganze für viele von euch sehr interessant. Und wir werden heute in diesem Video herausfinden, ob die Jacke wirklich so gut ist, ihrem Hype wirklich gerecht ist und der Preis auch fair ist. Also wer weiß, kann auch sein, dass die Jacke einfach, keine Ahnung, ultra arsch ist. Vielleicht ist sie aber auch krass und das finden wir jetzt heraus. Bevor wir das aber machen, muss ich noch einmal ganz kurz zwei sehr, sehr wichtige Sachen erwähnen. Fettes Dankeschön für die 60.000 bei YouTube, crazy meister und hat mich extrem gefreut. Danke für euren ganzen Support. Und falls genau du noch nicht abonniert hast, klicke unten drauf, lasst ein kostenlos Abo da. Ihr wisst, Road to 100k. Wer weiß, vielleicht schaffen wir die ja wirklich mal irgendwann. Und als zweites fettes Dankeschön für diesen, also wirklich geisteskranken Release. Das war auf jeden Fall mit Abstand der beste Release, den wir je hatten. Die Pufferjacke ging geisteskranken ausverkauft mit der höchsten Stückzahl, die wir je hatten. Also auch hier nochmal wirklich fettes Dankeschön für euren Support. Ich weiß das ohne mal zu schätzen, es hat mich extrem gefreut. Ich war, ich war noch nie so glücklich nach dem Release. Also es war wirklich sehr, sehr krass, aber glaubt mir, Black Friday wird noch viel krasser. Das wär's dazu. Jetzt legen wir los mit dem Video. Lasst ihr mal sehr gerne einen Daumen nach oben da. Lasst wie gesagt ein kostenloses Abo da. Schreibt einen Kommentar. Dann legen wir jetzt los. Viel Spaß. Let's go. Ich denke mal, ihr fragt euch wahrscheinlich auch die ganze Zeit, was ich überhaupt für eine Jacke meine. Die Jacke ist tatsächlich von Zara und kostet 119 Euro, soweit ich weiß. Es geht um eine Pufferjacke, die leicht glänzend ist und in grün und schwarz erhältlich ist. Wie ich am Anfang schon gesagt habe, die Jacke ist wirklich fast immer ausverkauft. Kommt dann wieder rein, ist dann wieder direkt ausverkauft. Das ist irgendwie die ganze Zeit so ein Hin und Her. Aber die Jacke ist eben vor allem auf TikTok unfassbar gehypt. Ist deswegen halt auch die ganze Zeit ausverkauft, weil irgendwie alle die haben wollen. Kann auch sein, dass die Jacke gerade wieder verfügbar ist. Deswegen verlinke ich die euch unten. Könnt ihr gerne abchecken. Und wer weiß, vielleicht ist die ja gerade in eurer Größe da. Bevor ihr das macht, müssen wir aber erstmal abchecken, ob die Jacke überhaupt geil ist. Ich habe mir die grüne Version bestellt. Die hatte vor ein paar Tagen Resort bekommen. Ich habe mir da, glaube ich, Size M und L bestellt, weil ich mir einfach ein bisschen unsicher war. Naja, wir öffnen mal das Paket und schauen, was uns erwartet. Gucken wir mal zusammen rein. Und das hier wäre die Puffer. Ich glaube, man kann es gut erkennen. Sehr, sehr schönes Grün. Und die haben wir eben einmal und tatsächlich auch noch ein zweites Mal. Okay, auf den ersten Eindruck muss ich tatsächlich sagen, die glänzt ein bisschen mehr, als ich es mir irgendwie vorgestellt habe. Also die ist wirklich sehr, sehr shiny. Gibt mir so ein bisschen Vibes von diesen Montclair-Jacken. Und ich muss persönlich sagen, ich bin nicht so der größte Fan von diesen glänzenden Jacken. Aber das ist, glaube ich, auch einfach Geschmackssache. Ich habe jetzt hier erstmal die Größe L, weil die sieht ein bisschen mehr aus, als würde mir die passen. Vom Ding her ist es ja eh dieselbe Jacke. Deswegen schauen wir uns mal die Größe L an. Ich glaube, das wird auch ein kurzes, knackiges Video. Jetzt nicht so mega lang. Aber ich dachte, mir ist wahrscheinlich für sehr viele von euch sehr interessant. Deswegen mache ich es. Das wäre die Jacke am Bügel. Wir können auch hier nochmal sehen. 119 Euro kostet die Jacke. Und so sieht sie aus. Das einzige Negative, was mir direkt auffällt, wäre die Haptik. Ich finde, die Jacke fühlt sich ein bisschen an wie so ein Müllsack. Also die hat so eine Müllbeutel-Müllsack-Haptik. Aber ich meine, wir müssen auch beachten, die Jacke kostet 120 Euro, was für eine Pufferjacke wirklich extrem wenig ist. Die Farbe gefällt mir ganz gut. Ist so ein dunkles Matsch-Oliv-Grün. Ich glaube, an der Kapuze kann man ganz gut checken, was ich mit Müllbeutel meine, wenn ihr es hier seht. Das ist halt einfach so ein bisschen wie so ein Plastik-Müllbeutel. Also das finde ich jetzt irgendwie nicht ganz so nice. Die Jacke ist bei der Fall auch komplett plain. Also wir haben nirgendwo irgendein Branding, kein Zara-Patch, kein Stitching. Da ist wirklich gar nichts drauf. Was ich auch sehr gut finde, wir haben unten einmal einen Gummizug. Das heißt, man kann die Jacke selber, wie man möchte, eben ein bisschen croppen oder ein bisschen weiterlassen. Finde ich auch immer sehr wichtig. An der Kapuze gibt es auch nochmal Gummizüge. Das heißt, ihr könnt auch die Kapuze enger machen. Ist auch ein Pluspunkt. Was ein Negativpunkt ist, man kann die Kapuze nicht abnehmen. Das finde ich eigentlich auch immer sehr wichtig bei Winterjacken, dass man die abnehmen kann. Aber die ist eben fest dran. Das heißt, wenn ihr ein Hoodie zum Beispiel tragt, wird es ein bisschen anstrengend mit zwei Kapuzen. Ansonsten wäre es das eigentlich. Viel mehr kann man gar nicht sagen. Mir fällt jetzt sonst nichts Negatives als auch Positives an der Jacke auf. Ich denke, das wäre alles wichtig, was man dazu sagen kann. Wobei, ich habe die Jacke gerade mal aufgemacht. Ich muss sagen, von innen finde ich die jetzt auch nicht so nice. Also, es ist auch hier alles so diese Müllbeutel-Fabrik. Ich finde, da hätte man das Lining ein bisschen geiler innen machen können. Auch, dass das alles so locker ist. Naja, das finde ich jetzt auch persönlich nicht so fresh. Aber wir ziehen die Jacke jetzt mal an. Der Fit ist das Wichtigste, ihr wisst. Und deswegen gucken wir jetzt mal. Ich bin 1,82, 75 Kilogramm. Ich habe jetzt hier eine Size L. Und das wäre die Jacke. Ist auf jeden Fall relativ puffy. Das ist der Look. Ich blende euch einmal jetzt ein Fit-Video ein. Was habe ich schon gesagt? Ich trage hier eine Size L auf 1,82. Das ist der Fit. Ich muss sagen, die ist eigentlich ganz gut. Unten von Natur aus schon ein bisschen enger geschnitten. Ohne, dass ich den Gummizug irgendwie eng gezogen habe. Also, die sitzt unten wirklich relativ eng schon. Die Arme könnten ein bisschen länger sein. Aber ansonsten würde ich mal sagen, passt mir die Size L eigentlich. Also, der Fit ist wahrscheinlich gerade genauso, wie er sein soll. Die hat jetzt wirklich keinen besonderen Fit. Die ist nicht irgendwie Crop geschnitten, Boxy geschnitten, was auch immer. Irgendwie längere Ärmel. Die hat wirklich einen ganz normalen Standard-Regular-Puffer-Fit. Der aber auf keinen Fall schlecht ist, wenn man diesen Fit mag. Dann wird das wahrscheinlich perfekt passen. Mir wären jetzt zum Beispiel die Ärmel so ein bisschen zu slim, auch ein bisschen zu kurz. Die sitzt für dich einfach ein bisschen langweilig irgendwie. Und wie am Anfang schon gesagt, die wäre mir auch persönlich ein bisschen zu glossy, weil ich einfach nicht so der Fan von diesen glänzenden Jacken bin. Vor allem glänzt die wirklich sehr. Also, ja, ich habe es einfach ein bisschen weniger erwartet. Aber ich denke mal, das wäre ansonsten alles Wichtige zum Fit. Viel mehr gibt es da nicht zu sagen. So sieht es offen aus. Also, kann man auf jeden Fall machen. Ich glaube, ich muss die Size M gar nicht anprobieren, weil die würde mir safe zu klein sein. Deswegen wäre es das hier von der Jacke. Und ich würde sagen, wir kommen jetzt zum Fazit. Ich halte mich kurz und knapp. Das Wichtigste, der Preis. 120 Euro ist auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Puffer-Jacken-Preis. Ist natürlich fast fashion, nicht irgendwie unfassbar hochwertig produziert. Auch nicht gut produziert. So, keine Frage. Ich weiß aber auch, dass es viele Leute gibt, die einfach kein Geld dafür haben, sich irgendwie eine Winterjacke für 200, 300 oder 400 Euro zu kaufen. Und auch 120 Euro ist am Ende des Tages noch viel Geld. Ist jetzt auch nicht so, dass die irgendwie sagen, ey, kriegst du geschenkt die Jacke. Aber für 120 Euro, muss ich sagen, ist es auf jeden Fall eine grundsolide Pufferjacke. Ich habe die schwarze Version jetzt nicht gesehen. Halt eben nur die grüne. Wenn man diesen Shiny-Look feiert, wenn man es feiert, dass die Jacke so ein bisschen mehr regular sitzt, nicht irgendwie mies besonders oder so, dann kann man die auf jeden Fall abchecken. Und ich verstehe auch, dass die Jacke bei TikTok so ein bisschen im Hype ist. Weil es ist auf jeden Fall keine schlechte Jacke. Und für den Preis erlegt die auf jeden Fall ihren Job. Ich persönlich aus meiner Position würde aber immer ein bisschen mehr Geld für eine Winterjacke in die Hand nehmen. Und dann wirklich eine geile hole, die mich überzeugt vom Fit, von der Qualität, die unnormal gut warm hält, die coole Details hat. So, ich glaube, ihr checkt, was ich meine. Weil es hat auch schon seinen Grund, dass eine gute Pufferjacke auch ein bisschen mehr Geld kostet, weil die auch einfach nicht billig in der Produktion sind. Das war alles Wichtige dazu. Ihr habt die Jacke gesehen, ihr habt den Fit gesehen, ihr wisst jetzt meine Meinung. Und jetzt könnt ihr selber entscheiden, was ihr macht. Ich habe die Jacke einfach nur so oft bei TikTok gesehen. Immer dieses Holdout-Videos und dies und das. Und ich wollte einfach wissen, wie sie ist. Deswegen war es, wie ich fand, ein sehr cooles Video. Ihr seid schlauer, ich bin schlauer, wir alle sind jetzt schlauer. Lasst auf jeden Fall sehr gerne einen Daumen nach oben da, wenn ihr es gefeiert habt, dass ich sowas mal abgecheckt habe für euch. Schreibt gerne einen Kommentar, lasst natürlich auch sehr gerne, wie immer, ein kostenloses Abo da. Einfach unten draufklicken, dauert drei Sekunden, ist kostenlos. Ich supporte mich damit auf jeden Fall sehr. Den Link zur Jacke findet ihr auch in der Beschreibung, könnt ihr gerne mal vorbeischauen. Und schreibt wirklich mal eure Meinung mit die Kommentare. Also es interessiert mich Real Talk. Was ihr von der Jacke haltet, wie ihr den Preis findet und ob ihr die Jacke vielleicht sogar selber habt. Würde mich auf jeden Fall interessieren. Das wäre es von mir, macht's gut, haut rein und ciao. Ach ja und übrigens noch eine wichtige Sache, die ich vergessen habe im Video zu sagen. Es geht bald wieder auf Content Trip zusammen mit Zennart. Ihr könnt ja mal die Kommentare raten, wo es hingeht. Wird sehr, sehr krass. Ich glaube noch so circa ein bis zwei Wochen. Dann geht's los, dann kommen Banger Videos, vertraut mir. Ich versuche auch wieder so diese Daily Vlogschiene einzurichten, dass ich euch so viel Content wie möglich liefern kann. Deswegen nur kleine Info. Freut euch drauf. Es wird crazy. Es ist ein crazy Trip mit mehreren Orten auch. Ich bin wirklich unnormal halb da drauf. Ich hoffe ihr auch. Ich freue mich extrem. Wollte ich nur kurz los sein, damit ihr Bescheid wisst. Es wird sehr, sehr krass. Und das war's mit dem Video. Haut rein.